Sie haben groß vor das Uhr freigeschaltet. Neuer Einsatz verfügt bei 23 Megabyte per Sekunde. Soos. Gut. Ich bin jetzt müde, aber ich bin jetzt müde, aber ich bin jetzt müde, müde jetzt mal an. Ingegenprüfung von Michael 7, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 7, 4, 5, 7, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 7, 5, 7, 5, 1. There's also a second entry point through a fire escape nearby which should allow quick access to the other levels without exposure to your teams within the atrium. The watch commander is on scene and has patrol holding perimeter positions. Thames is staging at the command post. Currently, they're awaiting our arrival to make entry as the situation has been deemed dangerous given no communication can be established. Do we know of any other threats within this space? Michael's apartment is number 14, and so far we've managed to confirm that rooms 16, 11, and 12 are all currently inhabited but closed off. Those residents have either been evacuated or are sheltering in place. However, we were unable to make contact with apartments 13 and 15, both of which are under the ownership of Michael Williams at this time. It is unknown if he is still barricaded with his family in 14 or has moved into one of the other rooms to ambush. We are not aware of any other threats. It seems to just be one guy. Alright, let's roll. Open-House-Streamer, was auch immer das ist, ich hab keine Ahnung. Der für seine häufigen Ausbrüche bekannt ist, der ärztlich mit seinem Bruder in seiner Wohnung verbreitiert. Kräftig. Andere Worten, FETT. Die ist rot. Vielfältig, vielfältig. Okay. You will not believe this game. Ja, klassischer, klassischer YouTube. Ähm... Fabnet, sieht aber auch, sieht eigentlich schon in Rated aus. Das ist eine hohe Stromrechnung. Nee, Gasrechnung, was hab ich da? Natural Gas Reserve. Mitstript. Ich hör mal, hör mal, warten. 911, was ist deine Überraschung? Mein Name ist Michael Williams. Ich bin jetzt in Apartment 14 in den San Uriel-Kondominiums mit meinem Sch***-Brother. Ich kenne dich, weil ich meine Mutter töte. Ich werde meinen Bruder töten. Und dann... Ich werde mich selbst töten. Also nicht in. Okay, Sir, bleib mit mir. Ich würde gerne... Don't tell me, was du machst! Ich werde mich selbst töten. 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 Nein. Anyway... Ähm... Ich brauche kurz ein Slowdown und dann... ... sind wir gleich wieder in der Mission. So... Talk to Entry Team. Talk to Element. Negotiations have failed with the active shooter. Make Entry. And clear the area. what! So... Mmm... Mach Durst Leon. Was To Scheisse? So das ist der Eingang. Und wir müssen rechts rum... Sind sie links rum für... Hallo? Weg damit! Ääääähm, Für... ...die... Naah... Scheisse... Ok, mach das so. Denn wir gehen ran... Oh mein Gott, wir müssen durch den Eingang, okay. Ah, hier, okay, perfekt. Und ich mach mal kurz die Teamkamera aus. Ja, ja, one floor at a time. Ich würde jetzt mal ganz, ganz oben anfangen. Uiuiui, das war knapp. Okay, pass auf. Alpha. Ich weiß nicht, ob ich weiß nicht, was da ist, deswegen. Oh oh. Ich hab nicht erwartet, ich hab nicht erwartet, dass die hier direkt da sind, aber okay, perfekt. Äh, hier, erst mal hier aufreien, rechts. Hier, äh, oh scheiße. Antreten. Hier, warte. Ich muss den an die Tür, glaube ich. Okay, wir haben das erstmal gecleared, okay. Wir gehen weiter, wir gehen weiter hoch. Ähm. Ich hab nicht erwartet, dass die Tür da offen ist, dass ein Loot dasteht. Okay, hier. Zwangermaßen. Ähm. Ich bin in die Position. Ich habe es mit dem Schraub. Okay, Arm Suspect. Das heißt... Eintreten und dann mit der Stinger klären. Ich bin in der Klasse. Ja, ich bin in der Stinger klären. Eintreten und wieder. Ich bin der Bruder. Eintreten, du da seist? Ich bin in die Tür. Ich bin der Klasse. Ich bin der Schraub. Ich bin der Schraub. Ich bin der Schraub. Ich bin der Schraub. Ich bin hier, wie war es? Da ist da, da ist da, da ist da ist was ich, 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 ich will, dass der mit der, mit, dass der mit der Flashfang sichert Mach mal die Tür zu Dann mach die fest Ah, das ist ein Wartezimmer, scheiße Ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier Hände auf Red down Let's go Opening on the left Red, gold Lights stick out Blow the door and use flashes You gonna move? Aus Der Länge ist jetzt warum ich so überwältigt bin Ich hab nicht erwartet, dass der direkt die Tür zu offen ist, weil ich wollte alles von oben nach unten reduzieren Ich mach ein Fett, der ist clear Das erkenne ich mehr Na jetzt bist du uns Auf der right Ah fuck, wie gewohnt man Taser Egal, scheiß drauf rein damit Das ist Talk Copy Entry Team, proceed with me Keep your hands up Police, step on me Police, get down Get on the ground, now Da ist der Fette Sack Hat er zwei Shotguns rausgebracht? Ja, Shark him Entry Team to go Suspect secured Talk reporting Suspect ready to go Great work Entry Team Ach das waren zwei Okay Okay Verdammter Sack, Alter Guck mal seinen fetter PC an Boah, zwei Gravigarten, Wasserkühlung und ein fetter Prozessor Boah, krass Was versteht da unten? Die Kinder in diesen Tagen machen die Doppel unserer Salarie, die sitzen auf dem Computer Wir sind smarter, nicht harder, ich glaube Charge like never before Wie heißt das hier? G-nergy G-energy Scheiß Musik, Alter Ich mach dich gleich kaputt Der seine Waifu und der Chat geht auch ab Holy Crap F-f-f-f-f Getting Swatted Naja Theoretisch wird hier gestwartet Weil die Swat hier wird in den Stream einbricht Aber wir Swatten nicht einfach so Sondern weil er Äh, letztendlich was Ne? Seine Mutter umgebracht hat und hier bin ich Ich hab gar keine Weste an Warum hab ich keine Weste? Äh, warum machen wir ein Stream aus? High Ground Attack Collecting Er hat nen Bubi... Ach du Scheiße Er hat nen Bubi Mauspfett Er hat... Die Entwickler... Die Entwickler verstehen ihre Zielgruppe Das verkackte Ring Light Ich hasse Ring Light Oh mein Gott, der war ein Simp Und nicht einer von denen der Geld gibt, sondern einer der Der... Das R-Wort machen will Rape Das ist Literal zu dem Miku Und Radio Not- Wackelköpfe Ne Radio Not Jacob resoniert Rerons Keine Ahnung Ach du Scheiße Und warum sieht das gut aus? WTF? WTF? Oh mein Gott, die hab ich gar nicht gesehen Roomba Kaffee Ich lass die Rüstung vom... Doom-Guy Ich lass die Rüstung vom... Ey, das ist ähm... Das Musikvideo bei dem ähm... Ne? Der Dude... Mit der Gang halt äh... Schuss-Wex-Latte Das Worldbuilding ist sehr cool Ähm... Wie dem auch... Ich guck mal kurz, was wir noch zu tun haben Das ist kein Problem... Das ist kein Problem... Ähm... Die Zeit ist geil Das wird ja auch ähm... Egal... Ähm... Ach, die habt ihr halt schon festgemacht... Okay, gut Ähm... Die Levels sind so cool gemacht, Alter... Okay... Das ist krass... Ich finde... Ich finde es echt geil, wie gut das gemacht ist Ähm... Wir haben das Stockwerk hier fertig... Dann müssen wir auch so deine... Bitcoin-Farm... Oder wie es aussah... Ich glaube nicht, wer im Server hat... Einfach so... Ähm... Ja... Da gehen wir runter... Aber wahrscheinlich nicht alles gekleert... Schlimmer... Schlimmer... Die wurden gescamt... Okay... Hier... Mach mal meinen Job... Ich guck mich hier oben... So... Warum man das auch immer neben der Warte-Warte-Dinge machen würde... ... Gib Os... Halt und... Halt und... Sieh! Sieh, 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 Sieh! Sieh, Sieh, Sieh! Sieh, Sieh, Sieh! Okay, mach uns jetzt ein... Ich muss gar nicht mehr abstimmen, ob man aufhört oder nicht. Das mache ich dir selbst. Ey, kein E+. Schade. Gestresst Krise. Wollah, Krise. Stärker Stress. Okay, machen wir es so. Ich bin ein harter Kommandant. Ich werde den armen Dude noch einmal richtig stressen. Danach geht er in Therapie. Sie haben... Acero Delta Utility Glove. Okay, Neuersatz Flieger, Nerven aufreiben, der Einsatz. Gehen Sie ihm eine Pause. Ich sage nein. Nein, ich gönne ihm keine Pause. Wir sind massiv unterbesetzt. Ähm, ja, kriegen nur spärlich Geld rein. Er muss da bleiben. Okay, wir machen weiter mit Nerven aufreiben, der Einsatz. Let's go. Ach, Twisted Nerve. Ich... Das ist eine Mission, die habe ich gegrindet ohne Ende. Das ist eine Mission, die habe ich gegrindet ohne Ende.